Wir haben ja gerade schon über Gaming-Booster geredet, jetzt geht es um so etwas ähnliches und ich weiß nicht so ganz, ob man das im Intro zeigen sollte oder ob YouTube einem dann direkt wieder die Moneten abstellt, aber es geht um dieses Video hier, wie das Y-Kollektiv Gaming-Booster-Konsum verarmlost. Von einem Kanal, den ich bisher nicht kenne, es ist der Kanal Anjo mit unter 50 Abonnenten, heißt ein neues Gesicht, aber ein Thumbnail wie die Großen. Framing, ich glaube jetzt sind wir eine halbe Minute drin, jetzt darf ich auch Drogen sagen. Hey Leute, in diesem Video geht es um das Y-Kollektiv, beziehungsweise um deren neuen Beitrag zu Ketamin. Übrigens das Y-Kollektiv, weil das ist ja nicht das Y-Kollektiv. Wenn man das mit K schreibt, dann ist es Deutsch, Kollektiv und dann heißt das Y. Das Y-Kollektiv kennen bestimmt die meisten von euch, die waren früher einsetzt. Das ist auch garantiert wieder, ich habe das Video noch nicht geguckt, aber wenn das Y-Kollektiv über Ketamin berichtet, dann möchte ich eine Prognose geben, wie der Beitrag aussieht. Es kommt irgend so eine Anfang-20-Jährige, die gerade Journalismusstudium vielleicht beendet oder gerade angefangen hat, irgendwie in so einem Praktikum ist. Und dann sagt die, Ketamin, das kennen sich ja einige von euch, das ist gerade richtig beliebt. Ich bin für diesen Film extra auf die Fusion gefahren und habe bisher noch gar nichts damit zu tun gehabt. Und du nimmst also immer dieses Ketamin. Ich habe hier jetzt, keine Ahnung, Kevin getroffen, der nimmt das immer. Kevin, erzähl doch mal. Und Kevin sagt dann, ich knall mir hier immer das Zeug rein, damit betäubt man sonst Pferde, aber es fühlt sich schon gut an. Und dann sitzt die junge Journalistin an dem und sagt, okay, krass, cool. Irgendwie sowas. Und dann haben die da, weiß ich nicht, ein Vier-Tage-Festival gemacht oder sowas für ARD. Ganz jetzt so richtig naiv getan und gesagt, ja, also am Anfang hatte ich Vorbehalt, aber ich muss schon sagen, der Kevin, der wirkt schon ganz cool mit seiner Droge. Vielleicht ist ja doch ganz nett. Sender bei Funk, mittlerweile sind sie bei der ARD und die machen immer wieder Dokus, die vor allem junge Leute ansprechen. Ich feiere das bei Kollektiv eigentlich und die machen immer wieder coole Sachen und coole Beiträge und haben auch schon Preise gewonnen. Das war so schnell weg. Für was? Mal gucken, vielleicht kenne ich das ja. Blaue Boje Journalistenpreis war der erste. Da haben sie ein Video über Bitcoin gemacht. Okay, das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, welche von den Videos habe ich gesehen? Nee, nee. Webvideopreis Deutschland, den gibt es schon gar nicht mehr. Okay. Skandal bei Eliteeinheit KSK. Ja, das habe ich mitbekommen. Das ist, glaube ich, sogar mit Dennis Leifels gewesen, oder? Frauen im Abseits, Sexismus im Fußball. Habe ich nicht geguckt. Lieber HIV als Kondome. Habe ich auch nicht geguckt. Das habe ich gesehen, glaube ich, der Rap-Hack. Gut. Oh, hier, Infokrieger, die rechten Medienmacher. Das habe ich mitgekriegt mit Dennis Leifels. Und wo die, da sind die doch, da sind die doch nach Südamerika gefahren, um mit irgend so einem Mann zu reden, der auf Twitter shitpostet oder sowas. Und der irgendwie gemeine Sachen ins Internet setzt oder sowas. Das war irgendwie, das war ein bisschen weird, glaube ich, der Film. Aber ja, ich feiere die. Ich finde die voll geil. Vor allem das mit Dennis finde ich immer gut. Sie geraten aber auch immer wieder aufgrund Ihres Journalismus in Kritik, ähnlich wie... Mal gucken, was haben wir hier. Das hier sind beides die Space Frogs und das ist das Saschka. Ich bin nicht mit dabei. Hier über das gleiche Ding habe ich auch was gemacht. Absichtlich falsch dargestellt hier. Das mit dem Haltungsjournalismus, mit der antifeministischen Hetzkampagne, die, wie hieß sie, Eva Müller oder so, da aufgedeckt hat. Also da habe ich auch ein Video zu gemacht. Ist gut, kannst du dir mal angucken. Ich habe gestern in meinem Stream auf ein Video von Ihnen reagiert, was kurz vor diesem Video auf YouTube erscheint. Der Beitrag war meiner Meinung nach unjournalistisch und verletzt den deutschen Pressekodex, in dem ungenügend sorgfältig... Mal wieder. Also komm, das Y-Kollektiv verletzt andauernd den Pressekodex. ...Konsum verharmlost und mithilfe sensationeller Darstellung medizinische Hoffnungen geweckt werden. Warum das so ist, möchte ich in diesem Video darlegen. Quellen sind unten verlinkt. Aber da geht da schon gut dran. Das Intro fand ich gut. ... mehrere Teile gegliedert. Zunächst besuchen wir Nike 101, eine Rapperin aus Berlin, bei sich zu Hause, die Ketamin als Partydroge missbraucht. Hammer. Sie erzählt uns von ihrem Mischkonsum. Also heute Abend kommen tatsächlich alle meine Freundinnen her, weil ich wohne ja erst ganz neu in dieser Wohnung. Und dann setzen wir uns halt ins Wohnzimmer und dann trinken wir vor. Hammer. Von ihr erfahren wir auch, was sie an Ketamin so feiert. Von Nike erfahre ich aber trotzdem, was sie an Ketamin... Das ist doch geschmackvoll hier mit dem Thaddeus und mit dem Playboy Bunny. Mir wurde Ketamin einmal angeboten. Da war ich... Ach, tatsächlich. Ey, die hat sogar hier so eine Ecstasy-Pille als Kissen auf dem Sofa liegen. Mir wurde das mal angeboten. Da kannte ich das noch nicht. Die eben angesprochene Fusion, da war ich mal. Einmal, weil ich dachte, ich gucke es mir mal an. Meine damalige Freundin wollte dahin. Wir haben nur getrunken. Also wir haben nichts konsumiert bis auf ein bisschen Alkohol. Wie bei anderen Festivals auch. Und es war so ein Grüppchen aus zwei Frauen und einem Mann. Die wollten, dass wir ein Foto von denen machen. Und dann habe ich das halt gemacht, weil ich ein netter Kerl bin. Und ich habe da mit meinem Bier auf der Wiese gesessen und dachte, ja, na gut, wenn die drei ein Gruppenfoto wollen von mir aus. Und dann eine Minute später, nachdem ich dem sein Handy zurückgegeben habe, kam der Typ dann nochmal zu uns und hat gesagt, als kleines Dankeschön möchte ich dir ein bisschen Ketamin anbieten. Und ich so, was willst du mir anbieten? Und er hat gesagt, ja, das ist eigentlich so ein Pferdebetäubungsmittel, aber das ist übelst cool. Und ich dachte, ja, betäub du dich mal erstmal. Ich gucke mir das mal an. Und dann hat er das genommen und dann war der irgendwie so hibbelig. Dann wollte der so aufspringen und wollte rumlaufen. Und seine beiden Freundinnen sind so richtig ruhig geworden. Und er war so, er wollte was erleben. Und der hat dann zu uns gesagt, er will irgendwann mit mir übers Gelände gehen. Ich will jetzt hier so rumlaufen. Und wir so beide, ja, nee, ich sitze gerade, habe ich so gesagt. Dann hat er zu meiner Freundin geguckt und meinte, willst du vielleicht mit mir mitkommen? Und dann guckt er mich so an. Weil er dachte wohl, oh, Fettmäpfchen. Nicht, dass ich mit seiner Freundin alleine weggehe. Guckt mich so an und sagt, ach so, keine Angst, ich bin schwul. Und er hatte so Glitzerklamotten an und war geschminkt. Und hatte so blond hochgegelte Haare und so was. Und hat sich halt so bewegt. Und ich dachte so, ja, das hätte ich mir auch so gedacht. Ja, ich hätte bei dir jetzt auch nicht gedacht, dass du meine Freundin anmachst. Aber, weiß nicht, alleine Freundin mit irgendeinem Typen, der auf Drogen ist übers Gelände, trotzdem irgendwie komisch. Ja, wir sind dann, glaube ich, weitergegangen. Also die waren nett, aber die waren halt, ja, sie haben sich halt mit Keta vollgeknallt. Ey, ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Ich weiß nicht, wie sich das für die drei angefühlt hat. Ob der Typ erst total hibbelig war und nach fünf Minuten betäubt war, keine Ahnung. Also wir sind dann weggegangen. Aber das war meine Ketamin-Erfahrung. So Secondhand-Ketamin-Erfahrung. Ich brauche sowas nicht. Also, na, weiß ich nicht. Können die gerne alle machen, aber ich finde es halt nicht so geil. Feiert. Aber die nehmen das jetzt zusammen, oder? Also, warte hier. Aber trotzdem, was sie... Also, das ist die Journalistin, oder? Das ist hier, die hat man ja gerade gesehen, die hat ein Interview gegeben und sie ist die Journalistin. Das erkennt man bei Y-Kollektiv immer, dass die Journalisten immer vor der Kamera sind. Das ist jetzt nicht die Reportage wie früher. Und die hat anscheinend da... Also, ist das jetzt einfach nur Kakao oder ist da schon was drin? Weil es gibt doch auch so Zeug, was du in Getränke machst, ne? Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ich bin, was Drogen angeht, bin ich sehr langweilig. Aber, also, knallen die sich jetzt wenigstens für die Reportage irgendwie... Kratom heißt das, ne? Knallen die sich da sowas rein oder ist das einfach nur ein normaler Kakao? Und weiß sie, ob das normaler Kakao ist, oder? Wie an Ketamin feiert. Dieses Betäubende oder halt dieses Halluzinogene, das ist schon super interessant. Vor allem, wenn du dann halt wirklich da mit so drei Freunden bist und ihr... Ihr versucht das wirklich so zu verursachen, dass du wirklich diese Out-of-Body... Hat sie... Hat sie da irgendwie so eine Weste an mit einem Militärwappen von Vietnam? What? Okay. Experience has. Es wird souveriert, dass man Drogenkonsum bewusst kontrollieren kann. Und das war ja was... Na, man kann halt vorher kontrollieren, wie viel man sich ins Getränk tut. Wie es dann wirkt. Zwei Frauen, Drax und ein Kameramann. Ich finde die Richtung, wohin das geht, gut kaputt. Danke, Swissgram. Was ihr da bewusst... Genau, also das war auch so der Plan, ne? Genau. Es wird gesagt, dass ihr noch nie wirklich was passiert ist und man ja daraus lernt. Noch nicht. Also, dass ich so unabsichtlich in ein K-Hulk gefallen bin. Ist vielleicht ein, zweimal passiert so. Aber daraus lernt man ja auch. K-Hulk ist, äh... Das ist Überdosis oder was? Ist das so Horror-Trip? Ich kenne mich da nicht aus. Ist das was... Also, Hole klingt so schlecht, oder? Ich kenne mich echt, wie gesagt, nicht aus, aber... Das ist was nicht Gutes. Das ist so... Kurz vor Tod ist das. Oh! Danke, Jeff Jefferson. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? Ein, zwei... Also, ein, zweimal was... Was ist da passiert? Was ist K-Hole? Ist das, äh... Also, ist man... War das jetzt übertrieben, oder was passiert dann? Wie gesagt, gerade jemand, K-Hole-Ketamin-Loch ist ein Ausdruck innerhalb der Drogenszene für einen Zustand nach der Einnahme von Ketamin, bei dem es zu einer circa 30-minütigen Dissoziation kommt. Also, man versteht nicht mehr, wer und wo man ist, oder wie. Also, man dissoziiert von sich selber. Man liegt eine halbe Stunde rum und weiß nicht, was passiert. Ist es das? Ist es das Pendant zu Koma saufen, nur mit was anderem, oder? Also, man ist komplett, komplett drüber. Und dann weiß die nächstes Mal, okay, ich habe einen Ketamin zu viel gegessen, nächstes Mal nehme ich einen weniger, oder wie? Also, du lernst ja auch mit jeder Erfahrung ein bisschen mit, und es ist nie was passiert, du bist ja immer mit Freunden, du machst das nicht alleine, du hast immer Leute, die auf dich aufpassen. Und oft bin ich auch die Person, die dann eher... Ist halt schon mal besser, als das, ne, nicht zu machen, aber, also, das heißt ja jetzt nicht so, okay, weil ein Tripsit dabei ist, heißt das ja nicht, dann ist es komplett sicher. Das ist schon, beim Fallschirmspringen kann ja überhaupt nichts passieren, weil da springen ja mehrere. Wenn der Schirm nicht aufgeht, dann springt mein Kollege einfach und hält mich fest, kein Ding. Okay, also ungefährlich ist es nie, ne? Also, ist so, ah, okay, macht das heute, ich gucke mal, dass es euch gut geht. Und immer, wenn eigentlich ein Disclaimer benötigt wird, schneiden wir zu einem anderen Thema. Nikas Wohnzimmer ist ein Spielplatz für Erwachsene. Ich schneide zu einem anderen Thema. Diese typischen Y-Kollektiv-Shots. Nikas Wohnzimmer ist... Go-Piss-Girl. Das ist so richtig, das ist so ein Humor, wo sich so ein Y-Kollektiv-Journalist so richtig drüber freut, ne? Der sieht so ein Foto und sagt, boah, Hammer, würde ich mir auch hinhängen. Können wir dir das abkaufen? Wir wollen das gerne in die Redaktion hängen. Jetzt hätten wir gerne dieses Kunstwerk, das Go-Piss-Girl. Für Erwachsene. Ich bin totaler Fan. Oder hier? Ich bin totaler Fan. Es steht ein kleines Spielzeug-Auto und ein Bild, wo Pisse draufsteht. Quasi so, als wärst du betrunken. Aber immer nur so für 30, 45 Minuten. Und danach bist du wieder on top. Schon ein bisschen frech, was wir hier tun. Was geht um mir? Außer bei einem Mal, wo wir... Alarm. Danke sehr an den Agitator für 66 Leute. Wir lernen gerade was über Drogen. Wahrscheinlich hast du wenig Erfahrung damit, oder? So ähnlich wie ich wahrscheinlich. Er erklärt uns das. Ich glaube, aber er hat das auch noch nicht genommen, oder? Also, so wie ich ihn einschätze, der wirkt jetzt auch nicht wie jemand, der regelmäßig Ketamin reinzieht. Aber der sagt halt irgendwie, ey, Pressekodex, was soll denn das? Geht nicht. So ein Beobachter von außen. Ich hätte gerne Open Mind noch dazu gerne gesetzt bei dieser Reportage. Der dann sagt, oh, geil. Kann ich auch ein bisschen Ketamin? Das wär geil. Einen euphemistischen, also verschönten Disclaimer bekommen. Also, das ist der Butler und mit der Zeit... Oh Gott. Was? Ähm, hat das sich dann halt einfach als unser Tablett etabliert. Und da werden Lines draufgezogen, oder was? Auf dem auch gerne auf ganz sichere Weise Drogen konsumiert werden. Ey, ich sperr, das ist ganz sicher. Wir haben einen kleinen Thaddeus mit einem Tablett. Ganz sichere Weise, ja. Wir legen die Lines hier auf das Tablett und Thaddeus hält das kein Ding. Kann auch nicht runterfallen. Thaddeus ist ja da. Wenn du in den Skatehole fällst, dann legst du dich neben Thaddeus alles in Ordnung. Da kommt einfach der kleine Butler, dann ist das alles sicher. Okay. Okay. Disclaimer. So sicher wie Arzneimittelzichtige Substanz... Disclaimer ist vielleicht nicht so ganz sicher. Warte. Disclaimer. So sicher wie Arzneimittelpflichtige Substanzen sein können, die man sich illegal auf der Straße oder... Arzneimittelflichtige Substanzen. Wird das auch gereinigt? Danke, Jeff. Hoffentlich. Also der wichtige Unterschied ist ja übrigens zwischen Drogen und Arzneimittel. In Amerika wird es ja tatsächlich einfach nur Drug genannt. Aber es gibt Perscription Drug und es gibt Illegal Drug. Also im Grunde ist es beides eine Drug. Aber bei dem einen, da kann dein Arzt vorher sagen, Bro, du hast das und das und diese Dosis von diesem Zeug hier und das könnte dir helfen. Da kann man sich natürlich auch irren. Kann auch falsch liegen. Aber das ist ja eigentlich der wichtige Unterschied, dass du halt nicht selber losgehst und sagst, ich nehme vielleicht mal so viel und ich nehme dieses. Das ist ja der wichtige Unterschied. Der Arzt wird wahrscheinlich nicht Ketamin verschreiben, außer du bist ein Pferd. Aber also mit sowas wie Morphium oder so ist ja auch so. Das nehmen ja auch Leute zum Spaß oder Tilidin oder so. Aber das kann dir auch dein Arzt verschreiben und dann sagt er aber, bei deiner Körpergröße nimmst du diese Stärke oder sowas. Bei einem befreundeten Krankenpfleger oder Tierarzt besorgt. Bei einem befreundeten Krankenpfleger oder Tierarzt, also jemand, der das bei der Arbeit klaut, der darf dir das auch nicht einfach geben. Also wenn dein Kumpel Tierarzt ist und Pferde betäubt damit, dann darf der eigentlich nicht aus der Praxis einfach so ein Fläschchen mitnehmen. So geht das jetzt nicht. Sondern der macht sich dann schon strafbar, der klaut das. Online-Sin ist nie sicher, macht das nicht und seid euch zumindest den Gefahren bewusst. Insgesamt ist das Y-Kollektiv das alles eher gelassen. Partydrogen gehören dazu wie der Morgenkaffee und es werden Witze gerissen. Partydrogen gehören für Nike dazu. Wie für mich der Morgenkaffee. Auf den können wir beide uns einigen. Also ich trinke halt einen Kaffee und ihr nehmt übel viel Ketamin. Wir sind ja schon fast gleich. Freundeskreis überhaupt voll das Ding. Das alle irgendwie, also die eine hat jetzt glaube ich 50 Tage ohne irgendwelchen Substanzen und drei Monate Zölibar tatsächlich. Und alle machen irgendwie so Detox. Ich nicht. Das klingt ja gesund. Und warum, wie ist denn darauf gekommen? Einfach so, ne? Einfach so plötzlich sagen, ich mach mal zwei Monate Entzug. Monat Zölibar mach ich einfach mal, ne? Weil, ähm, ja, ich hatte einfach mal Lust dazu, ne? Ich hab nicht überdosiert oder so. Einfach mal so, ne? Ich hab nicht davor gewarnt, dass Mischkonsum gefährlich ist. Dass man Drogenkonsum nicht wirklich kontrollieren kann. Und einiges schief gehen kann. Ich meine, really? Aus Fehlern lernt man? Hier wird grad im Chat gesagt, keiner macht den Drogen. Hä, aber wenn keiner die macht, warum gibt es die dann? Das ergibt keinen Sinn, oder? Mit diesem Banger. Du bist eigentlich einfach quasi so, als wärst du betrunken. Aber immer nur so für 30, 45 Minuten. Und danach bist du wieder on top. Schon ein bisschen frech, was wir hier tun. Schon ein bisschen frech, was wir hier tun. Ghetto B. Was? Ghetto B. Wir sind die Frechsten in der Hood. Ghetto B und Nike 1 zu 101. Wir sind schon ein bisschen frech. Ein bisschen frech, wie wir hier Ketamin nehmen und den Mülleimer anmalen. Ja. Alles klar. Ist das andere Ghetto B? Ist das hier? Das ist Nike 101 und das ist Ghetto B, oder was? Krass, Alter. Und die spielen sogar Tischgecker. Nike wirkt auf mich total abgeklärt, was ihren Konsum angeht. Das ist immer so geil bei Y-Kollektiv. Die treffen irgendwie für fünf Minuten. und sagen, naja, das wirkt schon, als wüsste er, was er tut. Okay. Ja, die wirkte schon seriös, ne? Ich habe jetzt für fünf Minuten mit ihr ein Interview geführt. Doch, ja, das ist seriös, ne? Die hat auch gesagt, das ist sicher. Mit ihrem kleinen Butler Thaddeus, ne? Na dann. Das ist schon geil. Da kommen immer nur Leute, die noch keine Journalisten sind, die ihren ersten Beitrag machen, die setzen sich neben irgendwen, der erzählt denen irgendeine Geschichte und die sagen, ja, ja, finde ich ganz gut. Okay. Das wird halt überhaupt nicht journalistisch bearbeitet. Das sitzt einfach nur wer und sagt, oh, das ist ja krass, ne? Ach, du nimmst also Drogen. Na ja, interessant. Ja, cool. Gehen wir zu einer Suchtmedizinerin, die nach fast acht Minuten Ketamin endlich einordert. Das ist immer so. Und auch immer mit dem Laptop. Das ist jeder, achtet mal drauf, jeder einzelne Y-Kollektiv-Film ist, irgendein Trophi wird zu Hause besucht oder irgendein Fetischist oder was weiß ich was, ne? Die Drogen, Sex, was auch immer, dann besuchen die die. Dann filmen sie irgendwie zehn Minuten nur mit denen, zeigen, wie geil alles ist. Und dann ist eine Minute, filmen sie irgend so einen Laptop ab, wie irgendjemand aus irgendeiner Klinik oder so vielleicht ein, zwei Minuten Zeit gehabt hat, um sich mal irgendwie an Zoom dran zu setzen. Und die sagen dann, ja, also ist jetzt schon nicht ganz ungefährlich, was euer Protagonist da macht. Und am Ende sagt dann der Journalist, hm, also auf mich wirkte die eigentlich ganz cool mit ihrem Keter. Und also ich kann aber auch verstehen, dass die Medizinerin das ein bisschen anders sieht. Naja, jeder macht halt, wie er will. Hat mich dann schon ein bisschen nachdenklich gemacht, ne, als die Medizinerin gesagt hat, Drogen sind ja doch nicht ungefährlich. Aber es ist jedes Mal dieses Szenario. Es ist immer 90 Prozent vom Beitrag irgendein Betroffenheitszeug und, ja, krass. Und dann so ganz kurz wird ein Laptop gefilmt. Jedes Mal. Von den Substanzen, die wir kennen. Und die haben immer schlechte Kameras, ne? Die haben immer so die eingebaute Laptop-Kamera. Das ist immer irgendwie, wir rufen beim Uniklinikum an und dann haben die die beschissenste Mikro- und Videoqualität. Da kommen die irgendwie nie vorbei, ne? Mit ihrem Kamerateam fahren die immer nur zu den Trophis. Aber so bei diesen, bei den Ärzten und so, irgendwie kriegt man keine Audienz bei denen, wenn man nicht so zu so einem Arzt oder Professor oder so geht. Die muss man immer mit der beschissensten Videoqualität filmen. Dann hat Ketamin tatsächlich. So was. Die können doch auch Tomatolix fragen. Da ist in jeder Hinsicht Experte. Open Mind ist ein Scheiß dagegen im Pimp halt. Ja, hallo Herr Tomatolix. Welche Droge knallt denn am geilsten und wie doll knallt Ketamin im Vergleich zu allem anderen, was du sonst genommen hast? Nur Suchtpotenzial, weil es einen sehr schnellen Gewöhnungseffekt gibt. Und weil mir Patienten... Hä, aber die wirkte doch so abgeklärt. Diese Frau, die eventuell diesen Gewöhnungseffekt hat, vielleicht auch nicht. Hä, sie wirkte eigentlich, als ob sie das richtig gut hinbekommen hat. Nur berichten, dass quasi jede Dosis immer höher werden muss als die letzte. Nee, nee, nee. Sie ist schon zweimal ins K-Hole gefallen und danach hat sie dann einfach ein bisschen weniger. Außerdem hat sie doch den Butler. Ketamin macht nicht so stark körperlich abhängig, wie zum Beispiel Opiate oder Alkohol. Man kann aber an einer Überdosis sterben. Psychische Nebenwirkungen wie Halluzinationen, Panik... Wenn das K-Hole zu groß wird, dann bist du tot einfach oder was? Na gut. ...Tacken oder Gedächtnis... 25 Euro pro Gramm zahlt man in meiner Gegend. Das ist aber schon teuer, oder? In Deutschland ist es nicht irgendwie 12 oder so? Schon die Hälfte, glaube ich, ne? Und es ist auch noch Schweizer-Fränkli. Aber wie bestellt man das da? Also was haben Schweizer für ein Wort für Gras? Gras oder Gras nach Grasli? Ich will ein Joint-Fränkli bauen. Gräsli. Probleme können aber schon beim ersten Konsum auftreten. Und wenn man Keter länger fast täglich zieht, wird es richtig unangenehm. Also das, was wir bei unseren Patienten am häufigsten sehen, sind tatsächlich Störungen vom... Alter, das sagt jemand gerade im Chat. Sechs Euro pro Gramm bei euch. Das ist aber schon eine große Preisspanne, ne? Also ich kannte immer so... Ich habe immer vom Zehner-Kurs gehört. Ich mache das selber nicht, aber alle meine Freunde machen das. Also ich glaube, ich habe wenig Freunde, die nie kiffen. Das machen wirklich alle. Ich mache sehr selten mit. Das ist nicht so ganz mein Ding. Aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, die das machen. Quasi-Urogenital-Trakt, also Blasenstörungen, eine Hämatorie, also Blut im Urin. Das ist ein bisschen doof, dass die immer so Fernsehen für junge Leute machen. Die machen da Sendungen für die 14-Jährigen. Und dann blenden sie abwechselnd so ein cooles Vorbild ein. So eine geile Rapperin mit Go-Piss-Girl-Plakat in ihrer Wohnung. Und die sagt so, ey, ich nehme das und das ist sicher. Und ich habe auch diesen coolen Thaddeus. Kennt ihr den? Alter Thaddeus-Zitakel von Spongebob-Schwammkopf. Wow! Ist das nicht cool, Kids? Und danach kommt dann halt so eine Ärztin, die die ganzen Fachbegriffe raushaut. Und dann Hämatoglobie, was auch immer. Was wirkt denn am Ende cooler auf den Zuschauern? Die Ärztin, die doppelt so alt ist wie ich und deren Wörter ich nicht kenne, die hat gesagt, ich soll das nicht machen. Aber ey, diese Kuhle aus Berlin, die mit dem Thaddeus in der Wohnung, die hat gesagt, das ist cool. Wirklich zum Teil irreversible Blasenschäden. Das ist dann so eine nekrodisierende Zystitis. Die haben Schmerzen, müssen ständig zur Toilette und pinkeln quasi Blut. Und jetzt springen wir zurück. Alter, ist übel cool. Habe ich das schon hinter mir, dank einem Nierenstein. War nicht schön. Also ich kann euch erzählen, ständig auf Klo müssen und Blut pinkeln. Aua. Weiß nicht, ob da das gleiche Aua ist. Wie gesagt, ich habe einfach einen erblich bedingten Nierenstein bekommen. Ich habe nichts hinzugefügt, Nierenstein, wodurch mein Opa hatte das auch schon. Man hat einfach eine Veranlagung und dann hast du einfach Pech gehabt. Also kriegst du einfach... Fragen Niki nach den Nebenwirkungen. Mal schauen. Wenn ich den rausgepinkelt habe, nee, der war zu groß. Ich musste ins Krankenhaus. Die mussten den mit so einer, die mussten so eine Zange in den Pimmel rein und den so zerkneifen und ein Stückchen dann. War nicht schön, war nicht schön. Ich war betäubt. Das hat wehgetan. Uff, ich sage mal so, irreversible Blasenschäden klingt für mich ziemlich schmerzhaft. Ich will auch von Niki wissen, ob sie davon schon gehört hat. Diese Folgen gibt es, aber ich glaube, da brauchst du schon so einen regelmäßigen, und mit regelmäßig meine ich übermäßigen Konsum, dass das auch hereintritt, dass diese einmal alle zwei Wochen oder halt... Stell dir mal vor, also bei dem Lachgasfilm war das ja das völlige Gegenteil. Also bei dem, wir kennen ja einmal den Sauffilm von Caro, der ist ja richtig bekannt geworden. Dann gibt es den Lachgasfilm. Sauffilm war, naja, so schlimm ist ja nicht. Der Lachgasfilm war voll schlimm, obwohl man da ja auch coole Jugendliche getroffen hat, die gesagt haben, nee, ich mache nur manchmal. Ich dosiere das. Kein Ding. Und dann gab es halt, also, weiß nicht, würdest du bei einem Raucher, der sagt, ey, ich rauche nur eine Schachtel pro Tag, ne? Manche rauchen drei. Wird man dann sagen, ey, ja, cool, dann wirkt abgeklärt mit dem Konsum. Alles in Ordnung, ne? Eine Schachtel am Tag ist ja nicht so viel. Weiß ich nicht. Das ist ja komisch. Und das ist jetzt wieder so, naja, die wirkt ja eigentlich ganz cool, ne? Also, muss ja nicht passieren. Also, diese Doktorin hat halt irgendwie gesagt, dass, äh, das kann irreversible Schäden machen, aber sie hat gesagt, es passiert erst bei vielen und sie nimmt es selber, ne? Es ist ein Betroffene quasi. Was wissen denn irgendwelche Leute von außen? Weiß man ja nicht, ne? Vielleicht ist das irgendein Extrembeispiel, kann man einfach vernachlässigen. Das ist ein bisschen wie bei diesen ganzen Folgen, wo man die, die dicken Leute immer reinholt. Die haben schon so oft in diesen Jugendfunkformaten irgendwelche richtig dicken Leute gehabt, die dann sagen, ja, ich wieg jetzt 250 Kilo und das ist gar nicht so ungesund. Und dann begleiten sie die und sagen, hey, die wirkt ja eigentlich ganz cool. Die ist so dick und die hat immer noch Hobbys. Und dann wird einmal so ein Arzt eingeblendet, der sagt, nun, das ist jetzt schon nicht so gesund. Und dann ist es, ja, aber, also, er sagt so, er sagt so, ne? Dann hast du mal einen, so ein Mediziner, eine Minute da, der halt Ahnung hat, ne? Und der kriegt dann so ein False Balancing gegen irgendwie, dass jemand, der richtig dick ist oder jemand, der halt irgendwie Drogen nimmt oder so. Danke, Smoky. Das ist, als würden die irgendeinen Flacherdler besuchen. Dann unterhalten die sich eine Viertelstunde mit dem und sagen, hey, das ergibt ja schon alles Sinn, was der da redet. Und dann haben sie einmal irgendwie so einen Astrophysiker und der sagt, ja, nee, nicht so ganz. Und die, hm, naja, manche sagen so, manche sagen so. Man ausgewählten Partys, da jetzt nichts wirklich dieses Problem ist. Ich muss auch sagen, dass das zum Beispiel dieses Thema auch noch nie irgendwie im Kreis vorgekommen ist, sodass sich da jetzt jemand über seine Blase Sorgen gemacht hat. Nike teilt hier ihre eigenen Erfahrungen. Doch ich kenne aus meinem Umfeld niemanden, der nach Keta Blasenprobleme hatte. Das sind aber keine Fakten, sondern Anekdoten. Und sie werden genutzt, um die Aussage der Ärzten zu relativieren. Eigentlich müsste doch jetzt ein Faktencheck kommen, oder? Ja, das ist völlig bekloppt. Ey, du kannst doch nicht halt irgend so einen Trophi nehmen, der dann einfach sagt, in meinem Freundeskreis ist es bisher noch gut gegangen. Wir machen das jetzt seit einem halben Jahr oder seit einem oder was weiß ich was. Ja, von uns ist noch keiner gestorben. Und dann sagt man, naja, dann, wenn du das sagst. Das ist halt, ja, wie die dicke Hengamee, die auch mit Ende 20 sagt, ja, ich habe keinen Diabetes und ich bin dick. Stimmt das wohl nicht? Nun? Naja. Ja? In der Popkultur ist Keta schon seit Jahrzehnten Thema. Nö, wir wechseln einfach das Thema. Klassik. Ich finde, man muss ja auch gar nicht Nike irgendwie kritisieren, weil sie einfach nur interviewt wird und St.F. diejenigen sind, die das Ganze so framen und dazwischen ihre Aussagen einbauen. Journalisten sollten doch eigentlich mal Dinge auch in einen Kontext setzen. Ja? Dinge erklären für die Leute. Nachrecherchieren, was die Gäste da erzählen. Dann Vergleiche machen. Und ja, auch wenn irgendjemand so eine Anekdote erzählt, ja, dann halt die Leute rankarren wie halt solche Wissenschaftler, die aus mehreren Anekdoten und Beobachtungen ein großes Bild machen. Man will doch am Ende schlauer werden und nicht irgendwie so, ja, sie macht das cool. In der Popkultur gibt es das auch. Cool. Es ist einfach schlecht gemacht. Es ist einfach schlechter Journalismus, was da läuft. Und dies am Ende so veröffentlichen. Und ich hate auch keineswegs ihre Musik oder Atzenrap oder allgemein Deutschrap. Andi, wo hört sich, was hört er sich da an? Baby Benz, Ikimel und Philo. Philo kenne ich vom Namen. Aber die anderen kenne ich nicht. Wenn es um Drogen gibt, das ist ein ganz anderes Thema. Das müssen wir hier gar nicht behandeln. Als nächstes begleiten wir Kerstin, die an chronischen Depressionen leidet und für die medizinisches Ketamin der einzige Ausweg ist. Ketamin wird hier wieder wie Alkohol dargestellt. Oh ja, jetzt merke ich schon. Das sind jetzt schon die ersten Phasen, wo das, ja, wie ist das so, wie wenn man Alkohol trinkt und sich die Sicht so ein bisschen schwammig macht, genau. Dann recherchiert die Reporterin zu Preisen und Angeboten im Internet. Und bestellt sich ein bisschen und probiert mal aus. Das finde ich übrigens sollten die öfter mal machen, diese Funkreporter, die sollten das einfach mal selber ausprobieren. Also Tomatolix und Open Mind und so, die gönnen sich dann wenigstens wirklich, ne? Wenn die so einen Beitrag machen, dann knallen die sich auch selber was rein und sagen am Ende, ja, so und so gewirkt, ne? Begriffe wie Allheilmittel, Wundermittel oder Wellnessbehandlung. Und das ist für sich auch noch nicht so schlimm, aber ich komme später nochmal dazu, warum das problematisch ist. Noch andere Praxen bieten Ketamin unter anderem bei Burnout, Migräne und Long-Covid an. Praxen. Okay. Nee, du hast es selber gesagt. Andere Praxen. Ist, ist, äh, Nike 101 zum Arzt gegangen? War die in einer Praxis? Und hat gesagt, Herr Doktor, ich hätte gerne einmal Ketamin? Ich glaube nicht. Ja, da ist vielleicht der Unterschied. Klingt für mich fast wie ein Allheilmittel. In den USA... Was? Klingt für mich wie ein Allheilmittel. Dann gucken so Leute sich das an, ja, und dann haben die so Selbstdiagnosen. Dann gucken die das so hin und sagen, ja, Angst habe ich auch schon mal gehabt, ne? Ja, Depressionen, ja, mir geht es schon manchmal schlecht, ne? Und ja, Schmerzen hatte ich auch schon mal. Burnout, ja, boah, hier in der ARD, ich glaube, ich hole mir das. Die gucken sich das so an und sagen, ja, vor allem auch, guck mal, was hier dabei ist. Hier ist Selbstmordgedanken und hier drunter ist Suizidalität. Wo ist der Unterschied? Ist das nicht so... Schon ähnlich, oder? Also Depressionen fällt da wahrscheinlich auch noch mit rein, oder? Ich glaube, Selbstmordgedanken, Suizidalität, ohne Depressionen ist schon eher schwierig, oder? Also, okay. Und Long Covid an. Klingt für mich fast wie ein Allheil... Und Migräne ist doch auch eine Art von chronischen Schmerzen, nur halt im Kopf, oder? Also, die haben ja einfach irgendwie zehn Punkte draufgeschrieben. Eigentlich könnte man es auch auf fünf reduzieren wahrscheinlich. Oder würde man sagen, Sachen, die gegen chronische Schmerzen helfen, helfen bei Migräne nicht, oder so. Weil Migräne sind doch chronische Schmerzen, oder nicht? Ja, aber in den USA wirst du halt auch mit einer AR-15 in den Kopf geschossen, wenn du in den Supermarkt gehst. Also, in den USA knallen die Leute sich mit Fentanyl zu und liegen auf der Straße, Alter. Immer die fucking USA, wie die immer als Vorbild genommen werden für... Wow, die sind schon viel weiter als wir. Hä? Die USA ist ein fucking failed state. Guck dir mal an, wie es da aussieht. Hier, bei dem nächsten, bekomme ich einfach 100 Dollar Rabatt auf meine erste Ketamin-Infusion. Und auf all diesen Seiten würde ich als Patient oder als Person, die da hingeht, definitiv das Gefühl bekommen, eh, doch, Ketamin ist auf jeden Fall ein Wundermittel. Das ist jetzt das, was du als Journalistin uns mitgeben willst. Ja, ich bin Journalistin, ich recherchiere für euch Themen, ja, und ich gucke mir jetzt hier so eine Seite an, ich bin direkt drauf reingefallen. Hier ist irgendwie so eine Drogenseite, die macht Werbung dafür und ich fall direkt drauf rein. Ey, cool, USA, Urlaub, boah. Ich stehe da voll drauf, let's go. Oh, das ist das Geile, dass du eigentlich von einem Journalisten ja willst, dass der besser recherchieren kann als ein Durchschnittsmensch, der einen kritischen Blick auf Dinge hat. Ja, der sich verschiedene Seiten anguckt, mehrere Quellen. Und Y-Kollektiv ist, irgendwer sitzt am Laptop und scrollt ein bisschen und sagt, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. So, what? Das ist doch kein Journalismus. Das ist halt einfach irgend so eine Frau, die am Laptop eine Werbung sieht und sagt, oh, dieser sprechende Elch will meine Kreditkartennummer. Dieses Medikament soll gut sein, na dann. Was ist das? Diese Kliniken vermitteln mir, dass eine Ketamin-Therapie eine Wellnessbehandlung sei. Ah, ja, die verkaufen das. Hä? Eine Firma, die dir was verkaufen will, die stellt das positiv dar. Wieso machen die denn sowas? Massig Geld an kranken Menschen gemacht wird. Dazu komme ich später auch nochmal. Und das teilweise für 750 Dollar pro Infusion. Was mich besonders schockiert, hier wird offenbar richtig Kohle mit der Verzweiflung von schwer kranken Menschen gemacht. Ja, willkommen bei Big Pharma. Wow. Ja, es wird, das ist gruselig, ja, aber es wird überall, wird aus der Verzweiflung von Leuten Profit geschlagen. So funktioniert Kapitalismus. Also bei jedem Produkt weißt du doch eigentlich, es gibt einen Mangel und dann hast du ein Produkt, was diesen Mangel ausgleichen soll. Und manchmal wirst du noch ein bisschen perfider und erzeugst den Mangel selber und versuchst den dann zu lösen. Das ist auch eine Marketingmasche, kannst du auch machen. Ja, Leuten irgendwie weismachen, dass sie ein Produkt brauchen, von dem sie gar nicht gewusst haben, dass sie das brauchen. Ja, aber das, das, so ist es halt. Also guck mal, du bist eine Firma, die irgend so ein Zeug herstellt und du weißt halt viele Leute, denen geht es schlecht. Ja, dann sagst du, mit unserem Zeug geht es dir nicht mehr schlecht. Geh in den Laden, kauf Zeug. So, machen die das, kriegst du ein paar Millionen dadurch, am Ende geht es dir vielleicht nicht besser. Aber wie funktioniert denn beispielsweise Homöopathie oder Heilsteine? Das ganze Zeug. Das ist immer, Leute sind verzweifelt, dann versprichst du denen irgendwas, Pick-up-Artists, genau sowas. All diese Leute. Und genauso halt in der Pharmaindustrie ist es auch so. Es gibt ein paar Medikamente und Ärzte, die helfen richtig gut. Aber da gibt es auch Kokolores. Ja, die wollen auch das Zeug ein bisschen, am besten ein bisschen teurer verkaufen. Die verkaufen dir vielleicht auch mal irgendein Medizinprodukt, was nicht das Allheilmittel ist, als dass man es verkauft. Ja, aber so funktioniert unser Wirtschaftssystem. Man versucht einfach die ganze Zeit Kasse zu machen mit dem Leid anderer Leute. Also, sorry, aber so funktioniert halt vieles davon. Über die Risiken wurde allgemein noch ziemlich wenig gesprochen. Als nächstes werden die von der Patientin angesprochen. Ich habe ein bisschen... Geht die jetzt als nächstes noch in die Kirche und sagt, boah, der Pfarrer hat gesagt, der kann meine Probleme heilen, aber kann der gar nicht. Da gehen da verzweifelte Leute rein und dann hält er denen eine Predigt und sagt, am Ende kommst du aber in den Himmel. Was, wenn das nicht stimmt? Ich habe versucht zu lesen, was die Langzeitwirkungen sind. Da habe ich leider noch gar nicht so viel gefunden. Ich hoffe ja. Ich hoffe einfach, dass nicht irgendwann jetzt festgestellt wird, dass sich gerade mein Gehirn auflöst. Obwohl ich tatsächlich so... Ich bin überzeugt von der Wirkung, dass sie sagt, ja, dann ist das so. Ich möchte einfach nicht mehr dahin zurück, wo ich war. Ich möchte nicht... Ja, aber hey, sie besucht halt völlig unterschiedliche Leute. Also, sie besucht eine, die einfach zum Spaß Drogen ballert. Dann besucht sie eine Patientin von einem Medikament. Medikament, ja, und dann hat sie halt irgendwie eine Ärztin und, aber die halt kurz auf dem Laptop. Aber du kannst tatsächlich sehr oft die gleichen, die gleichen Drogen slash Medikamente in unterschiedlichen Fällen ansetzen. Also, und dann sagt sie am Ende, ja, also Ketamin ist, also bei dieser Patientin hilft es. Ja, well, Sherlock. Ja, sie ist halt eine Patientin. Sie ist vorhin zu einem Arzt gegangen, hat eine Diagnose bekommen und der Arzt hat gesagt, wir könnten mal dieses Medikament ausprobieren. Die ist halt nicht einfach zum Dealer gegangen und hat gesagt, ha, hallo, was kannst du mir denn für ein Swanny geben? Ich will mal das hier in meiner Nase haben. In diese Traurigkeit, in dieses tiefe Loch, in dieses nicht lebenswerte Leben. Aber ja, es ist ein sehr, sehr stark eingreifendes Medikament. Das muss man immer wieder sagen. Also, Wade, sie macht sich Sorgen, hat schon versucht zu recherchieren, war aber in der Recherche nicht so erfolgreich. Aber die andere hat gesagt, es ist cool und macht Spaß und ihre Freunde haben keine Probleme und sie war auch nur zweimal im K-Hole. Müsste doch jetzt das Rechercheteam vom Y-Kollektiv aushelfen können, oder? Also kriegen wir jetzt so mehr Informationen zu möglichen Folgen und was da alles passieren kann? Es ist halt jedes Mal, wie gesagt, der Journalist hat nie Ahnung vom Thema, der kriegt irgendwie auch keinen an die Hand, der Ahnung vom Thema hat. Das geht ja sogar auch, man kann ja New Journalism machen. Dann nimmst du eine beliebte Person, die gut reden kann und dann kombinierst du die mit einer anderen Person, die Ahnung vom Thema hat. Das funktioniert ja auch. Der Moderator moderiert das ganze Ding und sagt, unser Experte hat vorher alles gecheckt, ob das richtig ist. Aber hier ist immer nur so, ich besuche die, die sagt, ist cool. Ich besuche die, die sagt, ja, sie ist krank, ist nicht so gut. Dann besuche ich noch wen. Krass, ja, voll. Haben wir aufgeklärt? Oder was passiert jetzt? Das auch, ne? Jede Folge, Journalist im Auto. Brumm, brumm. Die fahren da irgendwo lang und sagen, ich fahre schon wieder jetzt irgendwie 500 Kilometer irgendwo hin und treffe wieder wen, der irgendwas genommen hat. Wie Ketamin in der Therapie eingesetzt wird. Und ich frage mich auch nach dem Treffen mit Kerstin immer stärker, warum wird Ketamin nicht viel häufiger eingesetzt, wenn es offenbar so gut wirkt? Hä, wenn das so geil ist, warum nehmen wir das nicht alle? Ich frage mich, bei der einen ist ein tolles Medikament, der anderen schmeckt's. Man braucht eine Alternative zu den billigen Sendern wie RTL, Sat.1 oder ProSieben. Doch jetzt sehe ich keinen Unterschied mehr. Sie enthüllen und schützen die Leute, die sie interviewen, nicht. Ruinieren den Ruf von anderen Leuten und fühlen sich nicht schlecht und jetzt noch Drogenkonsumverharmlosung. Scheiß GZ. Gute Nacht. Ja, also sie haben immerhin noch kein eigenes Love Island oder Big Brother oder so. Das immerhin noch nicht. Oder wie heißt dieser Scheiß, wo die Asozialisten sich nackt angucken? Naked Attraction, kennt ihr das? Kann ich hier nicht einblenden. Da werden irgendwie so nackte Leute in so Boxen gesteckt und dann fährt man von unten nach oben so ein Tor hoch und dann kann man von seinem zukünftigen Partner den Pimmel angucken, bevor man das Gesicht gesehen hat mit dem ganzen Publikum im Fernsehen. Also das hat die ARD noch nicht gemacht. Aber das ist halt auch scheiße. Also journalistisch, das ist ja wieder richtiger Mist. Ich fahre mit meinem Auto und frage mich, warum wir nicht einfach Ketamin ins Grundwasser machen. Wir finden, das ist doch einfach übel geil. Wird nicht gemacht. Wir fragen uns nur, warum es nicht viel häufiger eingesetzt wird und gehen weiter. Dafür treffe ich mich mit dem Psychiater Dr. Stefan Westring an der Freiburger Uniklinik. Der Psychiater behandelt... Ja und dann ist wahrscheinlich Aussage gegen Aussage. Diese eine Urologin oder was sie war, die gesagt hat, die Blase geht den Arsch und dann einmal der Psychiater. Die sagen beide, naja gut, mit Vorsicht zu genießen. Aber Nike 161 sagt, ist cool. Nee, 101 war es. Die sagt, übelst lecker. Das Ganze dann immer recht gut. Der sagt zum Beispiel, dass man vorher andere Wege der Therapie einschlagen muss, bevor man halt Esketamin nimmt. Also Therapieresistenz ist definiert als zwei Behandlungsversuche mit gängigen Antidepressiva. Üblicherweise haben unsere Patienten bedeutend mehr Behandlungsversuche hinter sich. Also sehr viele Patienten, die wir haben, haben acht, zehn Medikamente durchprobiert, alles mögliche Versuche. Übrigens, ich wurde ja widerlegt, also den hat sie ja tatsächlich mal selber besucht. Da ist jetzt schlecht gealtert. Sonst kannte ich das immer, dass der Experte in einem Laptop sitzt. Cool, danke Toastmark. Ja, ich bin auch übelst gut. Ey, was ich alles mit der Reporterin schon reingezogen habe, ne, Übelshammer. Wir machen immer so Drogenpartys, da kommt dann immer so eine Käseglocke rein und dann wird die hochgehoben und da ist dann jedes Mal eine Zufallsdroge drin. Wir nehmen, jedes Treffen nehmen wir eine Wundertüte. Die Anwendung nicht ganz so einfach ist, wie das Y-Kollektiv ist bisher souveriert. Aber den fand ich bisher cool, den Arzt. Also der, dass man den besucht und interviewt, absolut valide. Ey, auch die anderen, dass man die, dass man sich die anhört, natürlich, ne. Aber dass das immer so Roomtour-Personality-Scheiße sein muss. So, das ist immer irgendwie, oh, sie hat hier so cool eingerichtet und sie hat Thaddeus und sie hat hier so ein Piss-Plakat. Das ist alles so cool hier. Ist in der Anwendung. Sie macht doch Musik. Das ist übrigens ihr Rappername, ihr könntet die Mucke auch mal anhören. Einfaches, wie das Y-Kollektiv ist bisher souveriert. Danke, cooler Kohlkopf. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ey. Eigentlich ist Journalismus ja in der Theorie auch nicht so schwierig, in der Praxis halt. Aber in der Theorie, da gibt es eigentlich nur einen Pressekodex, ne, den verinnerlichsten und los geht's. Ja, sowas. Hat nichts mit dem Thema zu tun, aber Kendrick LeMah hat neues Album gedroppt. Mustard. Senf. Also es ist in der Anwendung aus psychiatrischer Sicht nicht ganz einfach. Die Patienten haben eben einen Rausch erleben. Es ist bei vielen Patienten auch so, dass irgendwie alte Erinnerungen, die häufig eben auch traumatisch sind, auch wieder hochkommen können. Wir haben auch immer wieder mal eine Panikattacke unter Ketamin, dass Patienten so einen absoluten Kontrollverlust erleben. Und die müssen dann begleitet werden. Und das S-Ketamin jetzt war seiner Meinung. Es wäre geil, wenn sie jetzt so geantwortet hätte, wie, hey, das ist mir noch nicht passiert. Ich meine, einer Freundin. Nach zu wenig eingesetzt werden, aber wenn, nur unter bestimmten Begebenheiten verwendet werden sollten. Da kann man sehr vielen Patienten mithelfen. Also es wird viel zu wenig eingesetzt. Hält sich mit Nike das genommen? Aber übel cool. Es sollte viel mehr eingesetzt werden, aber immer mit diesem Kave dazu in einem adäquaten Umfeld und in einem adäquaten Netzwerk. Adäquates Netzwerk heißt für ihn... Adäquates Umfeld ist, glaube ich, wenn du so ein Plastik-Taddeus in der Wohnung hast. Terminbehandlung vom Psychiater plus Psychotherapie. Bevor wir... Nochmal zurück zu Nike. Gehen sollten wir uns nochmal die Preisfrage anschauen. Es ist unfassbar für mich, dass für eine Anwendung 660 Euro berechnet werden. Das rechtfertigen auch keine Studienkosten oder so. Was kostet einen so ein Nasenspray? 222 Euro. 222 Euro. Ja, aber das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Meine Freundin hat ja auch eine schlimme Krankheit und sie hat auch mal geguckt, was ihr Medikament kostet. Das ist auch unfassbar teuer. Das kostet auch einen Arsch voll Kohle. Also ich glaube, das ist halt auch einfach... Es ist ja einfach so, dass die Hersteller von Medikamenten Patente haben und die wissen, dass ihre Patienten das brauchen. Ja, und die Krankenkasse muss das bezahlen, weil die sind verpflichtet, den Patienten am Leben zu halten. Ja, und wenn du irgendwas... Du hast was Krasses und der Typ, der das Medikament dagegen herstellt, der versichert sich einfach dagegen ab, dass noch wer das Medikament herstellen kann und sagt dann 20.000 Euro eine Spritze. Ja, du kannst... Du erzählst dann hier immer einen von. Freier Markt ist der Hammer, ist übel cool, weil es kann ja einfach ein Konkurrenzprodukt auf den Markt kommen. Aber das funktioniert nicht, wenn du Patente hast. Wenn du eine chemische Formel patentieren kannst, dann kannst du kein Konkurrenzprodukt machen. Du kannst halt ein ähnliches Produkt machen und hoffen, dass das auch funktioniert. Ja, du kannst irgendwie... Es gibt dann schon Ibu und dann sagst du, gibt auch noch Paracetamol oder so. Und dann sagst du, ja gut, es ist beides irgendwie gut gegen Schmerzen. Aber wenn du irgendwie sagst, ich habe das eine einzige Medikament, was gegen Aids funktioniert und ich habe das patentiert, dann kann ich auch einfach sagen, das ist jetzt ein bisschen teurer. Also es gab Martin Shkreli in den USA tatsächlich. Der hat die Preise von so einem Aids-Medikament um wie viel Prozent erhöht? Auf jeden Fall wahnsinnig viel. Der hat das irgendwie, glaube ich, von 20 Dollar pro Packung auf 700 oder so. Auf jeden Fall unglaublich hoch hat er den Preis erhöht. Und dann einfach gesagt, ja, was wollen die machen? Sollen die das einfach nicht nehmen? Die haben Aids, ne? Die müssen das schon nehmen. Das ist jetzt doof, ne? Das ist halt, wie der Markt das regelt. Wenn du so Leute hast, die einfach sterbenskrank sind, die können dann halt nicht anders. Und wenn du dann noch so ein System wie die Krankenkasse hast und die sagen, da sitzt dann auch einfach irgendeine Sachbearbeiter und sagt, gut, zahlen wir das halt. Da wird kein Druck auf die Hersteller gemacht. Patente werden nicht freigeben. Übrigens, danke, Rollo. Wisst ihr noch, mit den Impfpatenten für Covid-19, als hier groß Corona rumging, haben alle erst gesagt, was passiert denn, wenn das in der dritten Welt ankommt? Dann sterben die ja alle. Die haben ja da noch andere Krankheiten. Das wäre ja doof, wenn das da ankommt. Da ist vielleicht auch ein bisschen schmutzig und so und nicht so gute Krankenhäuser. Das wollen wir ja nicht. Dann hatte man diese Impfpatente und hat gesagt, Impfstoff ist der Hammer. Aber schon Patent. Und dann gab es ja die Idee, dass man gesagt hat, ey, wir haben eine globale Pandemie. Wollen wir das freigeben vielleicht, dass die Afrikaner auch Impfstoff haben? Und Europa hat so gesagt, nee, nee, nee. Also wir sind schon so human und wir wollen jetzt nicht, dass die das kriegen. Aber die müssen es schon bei uns kaufen. Wenn die Leute in Ghana nicht sterben wollen, die können doch bei Deutschland kaufen. Ach, die haben nicht so viel Geld. Ups. Das ist jetzt aber doof für die. Also das war schon ziemlich komisch. Ich glaube sogar USA wollte die freigeben. Aber irgendwie Deutschland hat gesagt, nee, geht nicht. Weil, also die haben in Deutschland haben die doch auch am Anfang, haben sie doch so Firmen wie Biontech und so, so richtig mit Geld subventioniert. Die haben richtig viel Kohle gegeben. Dann, also die haben eh schon ausgesorgt bis an ihr Lebensende. Natürlich, die sollen was dafür kriegen, wenn die eine Medizin erforschen. Dann haben die halt richtig dicke Kohle bekommen. Und am Ende hieß es ja so, die Impfpatente von dem Medikament kann man die freigeben. Nee, soll sich lohnen. Alter, die sind Milliardäre geworden. Wieso wollen die denn noch mehr? Die haben doch schon voll viel. Warum musst du denn, hä? Ja, aber die wollen vielleicht zwei Milliarden. Aber warum? Alter, das sterben Leute. Gebt denen Medizin. Was ist mit euch? Und das ist ja teilweise dann noch nicht mal eine Behandlung. Also wenn Sie sagen, teilweise brauchen... Wenn wir Blei, dann brauchen wir 666 pro Mal. Ja, das liegt ja aber nicht daran, dass jetzt... Das hat safe was mit Patenten zu tun, oder? Substanz an sich so teuer ist, oder? Nein, die Substanz kostet ein paar Euro. Aber jetzt finde ich... Seht ihr? Die Substanz kostet ein paar Euro. Wenn du das Patent dafür hast, kostet die Spritze trotzdem 250. Weil du sagen kannst, ja, das ist halt unsere Substanz. Wir haben die Substanz patentiert. Ist doof für euch, wenn ihr krank seid, ne? Stehen wir vor dem großen Problem von diesem Beitrag. Das wäre vielleicht was, wo so ein Journalist mal reingehen könnte, oder? Wäre das nicht was? Ich meine, vielleicht kennen die beim Y-Kollektiv ja einen Reporter. Das wäre doch mal was, wo man mal nachrecherchieren könnte. Man sagt, warum ist denn das eigentlich so? Warum ist denn das so teuer, obwohl das richtig billig herzustellen ist? In der Heute-Show hat Martin Sonneborn das mal gemacht. In der Satire-Show. Da gucken die Leute Satire-Shows, um da fundiertere Nachrichten zu bekommen, als wenn die hier so Y-Kollektiv-Journalismus gucken, weil das halt wirklich Bullshit ist. Einerseits hat das Y-Kollektiv das Medikament zu Ketamin in den Himmel gelobt. Gleichzeitig wurde erklärt, dass es gar nicht so einfach ist, daran zu kommen. Obwohl es ja scheinbar als Wunderheilmittel helfen würde. Aber wir haben auch nach dem Video so gut wie keine Ahnung über Risiken und mögliche Folgen. Und dazu wurde noch die Droge Ketamin herabgespielt. Die, by the way, günstiger ist als das Medikament. Sie haben nur mit einer Konsumentin gesprochen, die keine merklichen Probleme vom Konsum... Ja, natürlich ist die günstiger als das Medikament. Du kannst doch nicht für einen Trip 600 Euro bezahlen, da macht doch keiner. ...von Ketamin hat. Es wurden Aussagen nicht hinterfragt oder gefaktcheckt. Und es wurden Lines gedoppt wie, alles klar, Nike wirkt auf mich total abgescheckt mit ihrem Konsum. Also quasi ein Pass, Drogen zu nehmen. Und da trifft Nike und die anderen Quellen keine Schuld. Sie haben einfach ihre Erfahrung und ihr Wissen, was sie so haben, geteilt. Und es liegt jetzt an der Redaktion, das verantwortungsvoll rüberzubringen. Und dazu gehört auch, das Ganze zu prüfen und zu recherchieren, was es noch für weitere Informationen gibt und uns zu informieren. Und das wurde einfach nicht gemacht. Und dazu kommt noch, dass Nike scheinbar besser die Droge von anderen Dingen trennen kann, als dieser Beitrag. Nochmal zurück zu Nike. Wenn du arbeitest, also wenn du irgendwie produzierst, wenn du Musik machst, ziehst du dann auch oder bist du nüchtern? Also für mich ist Drogenkonsum etwas, das ich wirklich nur fürs Partymachen mache. Wie willst du denn auch einen Beat bauen, wenn du auf Keta bist? Funktioniert ja auch nicht. Es ist immer ein bisschen problematisch, wenn du Drogen in deinen Alltag so einbeziehst. Das ist für mich wirklich so ein extra Ding. Drogen nehmen für mich ist wirklich Partymachen. Oder halt wirklich sowas wie Trippen, Bewusstseinserweiterung, aber nicht im Alltag integriert. Für Nike heißt Keta Spaß haben auf Partys, Trippen, keine Verantwortung. Ist Popkultur jetzt mit Schuld am Keta-Hype? Ganz ehrlich? Ja, Popkultur ist immer mit Schuld an jedem Hype. Aber ihr halt auch. Kein Plan. Für Patienten wie Kerstin bedeutet Ketamin überleben. Ich habe mich während des Films gefragt, ob der Ruf von Ketamin als Partydroge dafür sorgt, dass es noch nicht richtig ernst genommen wird als Gamechanger für schwer depressive Menschen. Übrigens anderer witziger Side-Track von diesen ganzen Dingen. Es gibt tatsächlich Medikamente, wo es Knappheiten gibt für Leute, die das brauchen, weil irgendjemand das aus Spaß nimmt oder aus Lifestyle. Osempic ist so ein Fall. Es gibt so eine Abnehmenspritze. Die war ursprünglich gedacht für Diabetiker. Diabetiker haben halt dieses Osempic bekommen. Bis irgendwer dann gemerkt hat, dass ein lustiger Nebeneffekt davon ist, dass es das Hungergefühl kaputt macht. Und dass man dann dünner wird. Ja, und dann hast du die ganzen dicken Jule Lobos und so, die dann sagen, ach, ich will auch dieses Osempic. Ich hole mir das jetzt aus Lifestyle-Gründen. Ja, und dann knallen die sich das in ihre Wampe rein. Und irgendwelchen Diabetikern gehen dann halt diese Drogen aus, weil dann gibt es die halt einfach teilweise nicht mehr. Die sind einfach ausverkauft. Weil irgendwie in der Popkultur jemand sagt, hey, das ist voll cool, man kann auch ein bisschen dünner werden, wenn man einfach dieses Medikament reinknallt. Super. Fakt ist, Keta hat großes Potenzial, das Leben von vielen kranken Menschen wieder lebenswerter zu machen. Nicht Keta hat dieses Potenzial, sondern das Medikament, es ist Ketamin. Und hier wird keine Trennung vorgenommen. Es ist so wichtig, hier eigentlich zwischen Droge und Medikament zu unterscheiden. Aber uns wird quasi souveriert, dass es eigentlich... Also du kannst halt auch, wenn du krank bist, du musst gar nicht zum Arzt gehen. Du kannst auch einfach in Berlin um eine Ecke gehen, holst dir ein bisschen Keta, kannst auch ein bisschen Party machen noch nebenbei. Also wenn du krank bist, einfach zum Straßenapotheker. Du brauchst ja keine richtige Apotheke. Das ist halt Alternative zur Apotheke einfach. Ziemlich ähnliches. Also das ist Ketamin. Das, was die da in die Nase kriegen, ist das, was man im Club in die Nase kriegt. Was ist das? Es macht mich wirklich einfach richtig wütend, dass man hier keine gute Trennung macht. Vielleicht in Zukunft nicht nur bei Depressionen, sondern auch bei anderen Erkrankungen, wenn es die entsprechende wissenschaftliche Grundlage dafür gibt. Wäre schön, wenn es in Zukunft... Guck mal, Buchregie hat sie alleine gemacht. Buchregie Katja Hackmann. Vielleicht ist das das Problem. Das Problem, vielleicht ist das Problem, dass wenn du solche Beiträge machst und nur ein Typ die Regie ist, vielleicht brauchst du da mehrere. Vielleicht kommt am Ende sowas dabei rum. Aber guck mal, wer der Produzent ist. Dennis Winter. Ist es Dennis Leifels, glaube ich, oder? Hat er geheiratet? Dennis Winter. Ja, hier ist er. Wenn man Dennis Winter googelt, dann kriegt man ihn hier. Da ist er. Dennis Winter heißt er jetzt. Der hat den Beitrag gemacht. Ja, cool. Ja, gut, ne? Also, dann hat er jetzt wohl einen anderen Nachnamen. Na gut. Mr. Winter. Das ist er. Der hat das produziert, den Spaß. Cool. Cool, Dennis Winter. Hast du gut gemacht. Produktionsleitung. Guck mal, Produktionsleitung sitzen zwei Leute, aber Buch und Regie macht halt Katja alleine, ne? Die macht den Beitrag, die macht die Regie. Also, wäre vielleicht cool, noch so einen Lektor einzustellen. Das wäre vielleicht noch gut, oder? Wenn du noch so jemanden hast, der über die Beiträge immer noch mal drüber guckt und sagt, sag mal, Katja, was? Sorry, willst du das so senden? Weniger eine Frage des Geldes als eine Frage der medizinischen Notwendigkeit wäre, wer Zugang zur Behandlung bekommt. In meinem Stream habe ich noch mal ein bisschen mehr zu dem Video gesagt. Ich habe euch dazu unten einen Link reingepackt und auch ein paar Artikel in die Quelldatei, die ganz interessant sind zu Ketamin. Cool. Ich hoffe, ich konnte... Er könnte dem bestimmt... Kann man bestimmt reinfolgen, dem Bro. Wie gesagt, ich kannte den bisher noch nicht, aber ich poste das einfach mal hier rein. Der hat nur... Warte, kann man nicht hier so... Twitch kann man slash Shoutout oder so, ne? Wie heißt der? Anjo Genov. So. Ihr seht vielleicht einen Shoutout im Chat. Kann man reinfolgen. Ich bin hier nicht eingeloggt in diesem Browser. Ist ja auch egal, jedenfalls. Oh, what? Fuck, was ist denn jetzt passiert? Oh, shit. Ich habe mein Chatterino zerstört. Ach, Kacke. Oh, nö. Kann ich jetzt hier... Funktioniert das wieder? Test. Ah, okay. Ich habe es repariert. So. Ich war im falschen Fenster. Gutes Video hat er gemacht, der Bro. Gut gemacht. Ich würde meine Frustration mit dem Beitrag vom Y-Kollektiv einigermaßen darlegen. Ich finde, sie waren nicht sorgfältig genug, haben durch den Schnitt Drogenkonsum eher positiv wirken lassen. Zum Beispiel, indem Aussagen so stehen gelassen wurden oder man erst Nebenwirkungen aufzählt und danach relativiert. Sowas zu erzählen wie, Kater ist für manche Lebensrettung. Kauf das mal voll gut. Doch medizinisch wurden Catchphrases wie Allheilmittel, Wundermittel, Wellnessbehandlung und Game Channel. Diese Seite, die das verkauft, sagt, dass das voll gut ist. Genannt. Und das war einfach nicht wirklich ausgewogen. Man kommt raus und denkt, boah, Ketamin klingt eigentlich wirklich geil. Und ich hoffe, es wird hier auch mehr geforscht. Und das klingt auch sehr gut. Aber da muss man entweder einen Beitrag nur über das Medikament machen oder wenn man auch über die Droge redet, beides trennen und richtige Prävention machen und nicht alle zwei Minuten so gottlos gute Musik einbinden. Also ich kenne ja auch Leute, die Medikamente genommen haben, die von anderen als Droge verwendet werden. Unter anderem meine Freundin, die hat auch schon mal für Schmerzen, boah, ich weiß gar nicht, was hat die gekriegt? Tilidin oder sowas? Oder Morphium oder irgendwie sowas? Und sie hat jetzt nicht unbedingt diese Symptome beschrieben, die Leute beschrieben haben, die das für Party nehmen. Sondern das kriegt man, ich keine Ahnung, irgendeine Droge, die Leute auch zum Spaß nehmen. Und das war halt aber irgendwie, sie hat da andere Sachen beschrieben. Sie hat einfach nur gesagt, okay, ich habe jetzt keine Schmerzen mehr. Das ist gut. Also der Arzt, der gibt dir tatsächlich teilweise fast das Gleiche, wie das, was Leute so zum Spaß nehmen. Aber die Wirkung ist auch anders. Zum Beispiel, wenn du kein ADHS hast und dann Ritalin nimmst, dann wirkt es auch anders, als wenn du es hast. Da gibt es auch Leute, die... Dramadol, das könnte es sein. Es kann sein, dass es das war. Aber irgendwie so eine Droge, die auch irgendwelche Rapper nehmen oder so. Aber halt als Medizin und dann ist es einfach nur, okay, mir tut alles weh, ich nehme das dann weniger. Du hast das alles schon genommen. Okay, dann habe ich es mir gar nicht falsch gemerkt, sondern es waren einfach alle diese Sachen. Aber vom Arzt halt. Ich habe noch nie so ein Video gemacht und ich hoffe, es war nicht ganz schlimm, aber scheinbar nicht, wenn ihr es bis hier geschafft habt. Nee, war gut. Lasst gerne ein Abo da und ein Follow auf Twitch, wenn ihr mehr davon wollt. Oder schickt das Video einem Streamer zum Reakten. Ja, das haben Leute gemacht. Dankeschön. Ich wollte 15.30 Uhr pünktlich zum Originalvideo fertig sein. Jetzt ist gleich 11 Uhr nachts. Gutes Video. Also cheers. Gute Nacht. Und dann zwei Kollektiv. Ich habe euch eigentlich sehr lieb, aber deshalb bin ich umso trauriger. Ich bin krank. Ich mache mir jetzt einen Tee. Ich rufe mal Lutz zurück. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Zum Abschluss gibt es noch ein ein super tolles Video. Lauscher. Ja, also und ich würde sagen, ich habe mir gerade Heroin gegönnt und fühle mich pudelwohl. Spitzen. Ich weiß nicht, wie lautet das? Vielen Dank. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Mit dem Karton wären Sie aber auf einigen Partys auch ganz schön beliebt, ne? Ganz ehrlich, kein Plan. Cool. Ja, auf einigen Partys wärst du ganz schön beliebt, aber ich meine, der Karton, der kostet halt wahrscheinlich 60.000 Euro, ne? Das ist vielleicht dann ein bisschen doof. Na gut, ich weiß ja nicht, wie viele von den Dingern da drin sind. Ganz ehrlich, kein Plan. Ja, gutes Video hat der Bro hier gemacht. Danke, dass ich da drüber quatschen durfte. Und, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich den direkt schon abonnieren will, wenn ich den ja noch gar nicht kenne eigentlich. 50 Ab... Er hat halt zwei Videos erst gemacht, ne? Weiß ich ja jetzt noch nicht, ob das gut ist, was dabei am Ende rauskommt, aber, ähm... Also, danke an Anjo für das Video und danke sehr an den, der es in meinen Discord gepostet hat, um da drüber zu reagieren. Äh, top. Ich hab... Oh, ich hatte sogar einen Clip, den hätte ich ihm eigentlich noch jetzt zeigen können. Den hab ich neulich von Streamen geklaut, aber, ähm... Hab ich jetzt noch nicht auf dem Stream-Deck. Aber, äh, danke fürs Video. Tschüss.